Das Netz um uns Bürger wird immer enger. Es ist nicht nur die Flut von neuen Gesetzen, die alles Mögliche regelt, besser gesagt verbietet. Nein, der Staat kontrolliert mittlerweile seine Bürger auf breiter Front, vor allem in Finanz- und Steuerangelegenheiten. Im nächsten Jahr kommt eine weitere Möglichkeit hinzu, und zwar über die sogenannte Steueridentifikationsnummer. Diese bleibt dem Bürger ein ganzes Leben lang und ermöglicht es, jeden Einzelnen von uns jederzeit ausfindig zu machen. Fast schon beklemmend für ein Land, in dem die persönliche Freiheit bisher nicht nur ein Schlagwort war. Anfang nächsten Jahres ist es soweit. Rentner Huber ist durchnummeriert. Mit der elfstelligen Nummer kann er jederzeit eindeutig vom Finanzamt identifiziert werden. Dafür sind eine Reihe seiner Daten zentral gespeichert. Und diese Nummer muss er sofort vielen Stellen mitteilen, nämlich allen, von denen er Rente bezieht. Gleich, ob es sich um private oder öffentliche Institutionen handelt. Bald darauf wird er zu spüren bekommen, wie sehr die Nummer die Arbeit des Finanzamts vereinfacht. Vollautomatisch werden alle Rentner durchgecheckt. Zu viel Rente bezogen? Steuern hinterzogen? Dann ist er dran. Nicht nur Rentner oder Steuerpflichtige, sondern alle bekommen die Nummer. Der Datentransfer der Meldeämter an das Bundeszentralamt für Steuern ist so gut wie abgeschlossen. Bald sind wir alle erstmals eindeutig zentral erfasst. Und wenn am Kabinettsbeschluss nichts mehr verändert wird, dann sollen auch gleich die Merkmale aller Lohnsteuerkarten darunter gespeichert werden. Bundesdatenschützer Peter Schaar gibt zu bedenken, dass es sich dabei um hochsensible Auskünfte, wie etwa die Religionszugehörigkeit handelt. Schon jetzt, ehe diese Datei überhaupt steht, haben wir eine Ausweitung, wenn auch allerdings noch im Rahmen der steuerlichen Verwendungsmöglichkeiten. Immer wenn Datenbestände von großem Ausmaß entstehen, dann wachsen auch die Fantasien öffentlicher, teilweise auch nicht öffentlicher Stellen, auf diese Daten zuzugreifen. Und die neue Qualität bei der elektronischen Lohnsteuerkarte besteht darin, dass jetzt eben nicht nur die Finanzbehörden, sondern eben auch die privaten Arbeitgeber zumindest indirekt einen Zugriff auf diese Datei erhalten. Der Grund, ab 2011 sollen Arbeitgeber nur noch elektronisch die Lohnsteuer abführen. Damit entsteht ein nie dagewesener Austausch von Daten zwischen Arbeitgebern, Finanzämtern, dem Bundeszentralamt für Steuern und öffentlichen und privaten Versicherungen. Das weckt Erinnerungen an die Volkszählung in den 80er Jahren. Damals sollten Beamte, die von Tür zu Tür gingen, Daten über jeden einzelnen Bürger erheben. Doch das Bundesverfassungsgericht urteilte, ein einziges Personenkennzeichen, das alle Lebens- und Personaldaten zusammenführt, ist verfassungswidrig. Es stoppte die Volkszählung. Das stört das Finanzministerium anscheinend wenig. Die Steueridentifikationsnummer sei etwas ganz anderes. Sie dürfe nur für steuerliche Zwecke genutzt werden, unterliege also einer strikten Zweckbindung. Die Realität sieht oft anders aus. Da wird ein Datenpool geschaffen und später erweitert dann der Gesetzgeber die gesetzlichen Grundlagen. Diesen sogenannten Rutschspan-Effekt befürchtet Gerhard Kongel, Professor für Datenschutz, auch hier. Das ist natürlich hier ein Riesenaufwand von 80 Millionen Bürgern, die Daten zu sammeln und denen eine eindeutige Nummer zuzuordnen. Wenn diese Sache einmal gelaufen ist, und das ist mit viel Zeit, mit viel Geld, mit viel Aufwand verbunden, dann ist es natürlich durch eine Veränderung des Rechenprogramms jederzeit möglich, und zwar ohne einen besonderen Aufwand, mit diesen Daten dann etwas ganz anderes zu machen, als das, was man ursprünglich mal vorgesehen hat. So geschehen bei den Freistellungsaufträgen. Seit 1999 müssen die Banken dem Bundeszentralamt für Steuern melden, wie ein Kunde seinen Freistellungsauftrag in Anspruch genommen hat. Eingerichtet für den Fiskus dienen die Daten mittlerweile auch dazu, Sozialleistungsmissbrauch aufzuspüren. Beispiel 2. Seit 2003 kann der Staat in dieser Zentrale die Basisdaten aller deutschen Bankkonten abrufen. Ursprünglich sollte das der Terroristenjagd dienen. Unterdessen steht der Zugriff auch Finanzämtern und bestimmten Sozialbehörden offen. Auch bei den neuen Rentenmitteilungen war geplant, sie nicht allein auf hinterzogene Steuern, sondern gleich auch auf missbräuchlich bezogene Sozialleistungen hin zu überprüfen. Das konnte der Bundesdatenschutzbeauftragte aber verhindern. Übrigens, die neue Steueridentifikationsnummer bleibt uns lebenslänglich und sogar bis 20 Jahre über unseren Tod hinaus, damit der Fiskus sich auch noch an unsere Erben halten kann.